hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die jagd nach dem ticket und heute habe ich das spiel star trek fleet command mal wieder ich starte erst voll mit rein und 2 30 warten bis hochladen ist musste gestern wieder ein was heißt musste gestern war wieder ein neues update von plus deck deswegen musste ich wieder installieren und plus deck neu installieren und ja ich denke mal das kommt jetzt wieder star trek fliegt fliegt command weil ich das nicht mehr drauf hat obwohl manchmal kommt auch auf jeden fall eine neue version von plus deck und dann mache ich da weiter wo ich letztens aufgehört habe wo ist denn der wort ach hier sitzt er noch das war anomanie überprüfen oder 26 missionen habe ich so dann probiere ich erst mal diese dennis machen die täglichen so viel wie ich schaffe wir gehen auf hier abholen fertig abholen fertig abholen fertig ansehen ansehen und hier rekrutieren ein container abholen ein container abholen überspringen überspringen oder chen habe ich voll fertig was ist hier nachricht 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 gelesen nächstes objekt öffnen eins abholen eins abholen ja eine minute 24 stunden container abgeholt im vier stunden container würde ich wahrscheinlich wieder nicht machen schleichende machtzunahme schauen wir mal was wir dazu kriegen gebäude wir müssen auch das eine bestätigen was wir repariert was wir aufgewertet haben ne ist schon drin deswegen steht wahrscheinlich schon eins da gut dann kommt das nächste dran 19 minuten die forschung machen wir gleich auch ach mir fehlen immer noch hier diese 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 diamanten da die steine und hier den kann ich machen schön eine stunde kann ich auch ne ich glaube nicht was ist das da ansehen 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 wir sind beim bauen an ein gebäude leistungsprüfung offiziere verbessern das können wir machen da wir ja sowieso jetzt einen neuen haben chen schön bist du jetzt da dran eins da habe ich ja noch genug 17.000 diese befördert ok befördert kann ich eigentlich irgendwelche leute befördern Oh, da fehlen noch zwei Stück, dann kann ich die befördern, ne, rekrutieren, ok, die meinen bestimmt befördern, weil ich hab die doch schon auf Level 7, der ist Level 5 Da ist wahrscheinlich Übersetzungsfehler, dann geh ich mal von aus Eingesetzt Ja, wenn ich Leute befördern möchte oder aufleveln möchte, muss ich die erst aus dem Schiff rausholen oder bei mir in der Basis haben wir das Schiff, soweit ich weiß Warte mal, ein Schiff ist unterwegs Ne, muss aus dem Schiff draußen sein Ich muss da erst eine andere Person einsetzen, um die es zu befördern Gut Dann haben wir hier die nächste Quest fertig Krieg ich den jetzt? Super Ein Meilenstein Ok Sind wir bei, sind wir bei Ich bin alleine in der Gilde Kann mir keiner helfen Würde erst in vier Stunden gehen Die Schiffe, die möchte ich noch nicht machen Weil, zehn Stück sind schon ein bisschen viel Dann mach ich lieber meine andere Mission weiter hier Ich fange wieder von unten an Weil ich glaube unten sind die Alte Mission Ich weiß es nicht Da sind die Ormen Ist alles durcheinander hier Hier steht auch noch so Welches Level das sein könnte Das ist leider ein bisschen Doof gemacht Fangen wir um einfach an Schalte den Informanten Harik Jain aus Da soll der sein Achso, ich kann ja mit den Was abfarmen Na ja Egal Mach mal Obwohl Parmen Dies Parastahl Hab ich genug Parastahl Ich bekomme immer mehr Leute Aber irgendwie komme ich nicht vorwärts Hier bei den Spielen Oh Das wird jetzt wieder angezeigt Ich habe meine Quest fertig Sprich schon zehn Minuten Ich habe das Gefühl, dass ich gerade erst angefangen habe Naja Dann würde ich sagen, ich probiere Die obersten beiden Queste Zu machen Also Diese Die nicht Und diese Aber das ist Level zehn Hier steht Level dran Training Oh ich mache eine um und eine unten Sprich, das wird dir dann Oh, ich mache eine um und eine unten Ja Oder Ja Also Schöne Ja Hören Die Schöne Die 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 Das ist Ja Die Die Okay, 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 ich bin wieder zurück. Das war der Kindergarten. So, ich fahre jetzt hier und da muss ich hin. Angriff. Scannen. Wofür scannen? Gleich angreifen. Okay, haben wir schon geschafft. Gut, dann haben wir die Quest aber noch nicht fertig, weil ich muss jetzt dahin fliegen. Das ist der dann. Hier haben wir noch einen Kadetten, die 1, ach das ist die Beförderung, ich kann ihn befördern. Jetzt seht ihr das auch, der ist in Schiff B drin, ich müsste jetzt das Schiff B zu der Basis holen, ihn rausholen aus dem Schiff und dann kann ich ihn halt befördern. Solange er unterwegs ist, kann man ihn nicht befördern. Und wenn er halt im Schiff ist, ist er unterwegs, auch wenn das Schiff in der Basis ist. Aber können wir gleich noch mal gucken dann. So. System zeigen. 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 Ist doch schon drinnen. Jetzt so. So. Schauen wir. Da müssen wir hin. Ein Griff. Sonst noch was hier schönes? Momenten. Ne. Ok. Und dann geht es weiter. Zu den letzten Planeten. 400? Welches System bin ich denn jetzt? Ist das wo meine Basis ist? Oh! Hier habe ich auch die eine Quest. Das passt doch perfekt. Das war die eine Quest die ich noch machen wollte. Ähm... Können wir mal kurz gucken. Das ist nämlich... Ich habe ja gesagt, die von unten die zweite. Das wäre die hier. Oh, das passt doch. Einer Minute ist er da. Hier sind sehr viel 6er und 7er. Ein paar 8er sind hier. Ich probiere dann die 6er anzugreifen. Gott, für welche sind das denn? Sechser? Oh, meiner ist schwach gegen den. Oder ist das der schwach gegen mich? Sehr einfach. Also er ist schwach gegen mich. Sehr einfach. Hm. 20 Sekunden wird nicht da. Da, 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 da. Komm schon. Na, isa. Energie ist auch noch voll. Das Blaue ist mein Schutzschild. Schild und das Weiß ist meine Energie. Perfekt. Ja, ich weiß, ich habe abgeschlossen. Einsammeln. Einsammeln. Ah, jetzt kommt die nächste Quest. Die machen wir aber jetzt nicht. Wir müssen noch vier Schiffe in dieses System zerstören. Vier feindliche. Eins haben wir ja schon. Warte mal, zählte der jetzt eigentlich auch mit als ein Schiff? Das würde mich interessieren. Nein. Schade. Ich kann da ja auch einen Stern ran machen. Ist er jetzt so oben? Ich habe hier noch so eine kleine Quest sehe ich gerade. Ich muss Level 5 oder höherer die Schiffe zerstören. Mein Schiff hat, glaube ich, Level 12. Kann das so auch sehen. 2200 Verwaltungen. Level 4, Leerda, Level 20, also, easy go, kann ich auch den Achter angreifen. Soll ich den Achter angreifen? Okay, und danach flieg ich mal hier hin, los, da ist auch ein Schiff. Soll ich den Achter angreifen? Soll ich den Achter angreifen? Soll ich den Achter angreifen? Akzeptieren. Ist die Mission hier in den System? Da ist sie. Soll ich den Achter angreifen? Sonst ist hier nichts mehr. Soll ich den Achter angreifen? Soll ich den Achter angreifen? Okay. Soll ich den Achter angreifen? 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 Soll ich das ist für paar Minuten? 2 Minuten. Aber 3 Minuten. 37 Minuten. Und das ist 7 Minuten. Nehmen wir den doch. Zack. Und wie lange dauert der da oben? und der hier, 13 Minuten hier ist ne Quest Objekte, 3 Drohnen und Teile Jetzt kann ich was bauen Hier müsste noch eine Quest fertig sein Aber wo? Wo meinen die die hier Vielleicht da einen Stern drauf gemacht haben Schauen wir mal Ach jetzt sowieso fertig Abgeschlossen Ne, immer noch ne 1 Ach schief Ne, das brauche ich auch nicht Das können wir reparieren Offiziere Ist jetzt in der Reparatur Ah, ich kann sie jetzt befördern Und Noch einmal die Geschenke abholen Noch einmal die Geschenke abholen Jo, und das war's denn schon wieder Für heute Ja, das Gebäude ist jetzt auch noch fertig geworden Schön Außen, Innen 11 Minuten 11 Minuten 37 Minuten Eigentlich würde ich gerne den hier aufwerten Ne, nicht den Und Das ist das OPS Der ist das Wegen die Forschung Dafür muss die Akademie erstmal Level 10 sein Oh, die ist 9 Und Jetzt wird sie Auf Level 10 gemacht Dann kann ich nächstes Mal Den auf Level 10 machen Dann kann ich wieder mehr forschen Ja, das ist doch gut Gut Dann haben wir das Alles geschafft heute Was ich machen wollte Das war's denn Dann sag ich mal Dankeschön fürs Zuschauen Ich würde mich freuen Wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid Ticket abholen Hoffe, dass ich wieder was gewinne Ich sage, viel Spaß Und auf Wiedersehen Ciao, ciao